Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum PT Interview mit Dr. Holger Hoffmann. Er hat eine Verwaltungsprofessur am Gesundheitscampus Göttingen. Sie sagen, dass monoprofessionelle Behandlungskonzepte bei chronischen Erkrankungen nicht ausreichen. Warum ist das so? Naja, wenn wir uns zunächst einmal anschauen können, was bewirken eigentlich chronische Erkrankungen beim Patienten und uns so ein bisschen in die Theorie eindenken und uns das ICF-Modell mal vornehmen und zu sagen, okay, wir haben eigentlich verschiedene Teilbereiche, wo sich chronische Erkrankungen eben auswirken, sei es auf strukturelle Veränderungen, die dann aber auch wieder bedingen, dass sich Patienten vielleicht schlechter bewegen, weniger gut im Alltag klarkommen, dadurch aber auch in ihrer Umwelt eingeschränkt sind, ist das schon so, dass das kann eine Profession alleine gar nicht leisten. Wenn ich jetzt allein das Beispiel der Physiotherapie nehme, die vielleicht mit einer Zielletzung rangeht, wir möchten Schmerzen lindern, dann zu sagen, wie wirkt sich das denn aus? Wo muss ich denn noch gucken, dass der Patient vielleicht im Alltag mit seinem Schmerz besser umgeht und ich mir dann gegenüberlege, die Verordnungsmenge des Heimmittelkataloges, die dann vorsieht, eben für diese Patienten eine ganz begrenzte Menge zu ermöglichen, ist das einfach nicht schaffbar. Welche Professionen sollten denn dann unbedingt zusammenarbeiten, zum Beispiel bei Arthrose-Patienten? Sollen wir uns mal das Beispiel Arthrose nehmen? Und ich hatte in der letzten Woche ein sehr interessantes Gespräch mit einer Kollegin bei uns am Campus aus der sozialen Arbeit im Gesundheitswesen, die hat das einem sehr schönen Beispiel festgemacht. Wenn wir jetzt in der Physiotherapie sagen, wir schauen uns die Mobilität von Patienten an, mit bestimmten Assessment-Verfahren zu sagen, okay, wir machen Timed-up-and-go-Test, um zu gucken, wie ist die Sturzwahrscheinlichkeit, wie fit ist der eigentlich im Alltag? Und wir ihm attestieren, okay, lieber Patient, du kannst mit deinem arthrotischen oder mit deinem kardio-pulmonalen Erkrankungsproblem durchaus in deiner Lebensumwelt dich bewegen. Aber wir bedenken gar nicht, dass dieser Mensch vielleicht in seiner Wohnung mobil ist, aber uns gar nicht überlegt haben, wie kommt er dann zu seiner Wohnung hin? Wie kommt er dann zum Einkaufen? Wohnt er vielleicht auf einem Berg? Und da sind zum Beispiel Faktoren, wo wir sagen müssen, gerade bei Arthrose ist nicht nur das Training wichtig, das wissen wir durch ganz, ganz viele Studien, die uns auch belegen, wo Trainingswissenschaftler und Sportwissenschaftler uns unterstützen, sondern eben auch diese Umwelt- und sozialen Faktoren. Das ist der eine Bereich. Und natürlich, wenn ich über chronische Erkrankungen rede, muss ich mit Patienten über Ängsten reden. Ich muss Patienten auch erklären, was sie für eine Erkrankung haben, also meinen edukatorischen Auftrag auch ausführen, sodass hier zum Beispiel Psychologen mit ins Spiel kommen, die sagen, es ist gar nicht so schlimm mit deiner Erkrankung. Ja, du machst dir Sorgen, wir können dir das nehmen. Und so schnürt man eigentlich ein Konglomerat an Professionen, die eben alle gemeinsam an dem Ziel, den Patienten wieder fit zu bekommen, zusammenarbeiten. Wie kann ich das in der Praxis machen, wenn ich so ein modernes Reha-Konzept konkret umsetzen möchte? Also wenn wir jetzt mal ein bisschen spinnen und einfach uns die Professionen mal so ein bisschen dazu addieren, die wir holen. Wäre es ja schön, wenn der Physiotherapeut gemeinsam mit einem ärztlichen Kollegen oder einer ärztlichen Kollegin eben die Diagnostik betreibt. Und das heißt nicht nur im Rahmen der ICF irgendwelche Strukturen zu identifizieren, die eben schuld sind für die Erkrankung, sondern eben auch zu sagen, wie ist der in seiner Funktion, wie ist der in seinem Alltag eingeschränkt. Was kann der überhaupt noch als Patient? Und wie sind so bestimmte Skalen? Ausgehend von dieser Datenlage kann ich dann als Therapeut meinen Teilplan und sagen, okay, wir müssen jetzt zuerst mit dem Patienten bei einem arthrotischen Knie vielleicht zuerst mal Schmerzlinderung betreiben, bevor wir bewegen können. So, dann gehen wir in die Bewegung, dann kommt der Sportwissenschaftler dazu, der sagt, okay, jetzt machen wir uns Gedanken, was möchtest du denn zuerst trainieren? Aufgrund der individuellen Ziele, die du, lieber Patient, gemeinsam mit deinem Therapeuten und deinem Arzt formuliert hast. Und dann können wir eine Trainingssteuerung betreiben, die vielleicht sagt, okay, zuerst geht es um neuromuskuläre Koordination. Dann machen wir ein Muskelaufbautraining. Dann wissen wir, du hast durch den Muskelaufbau, den du betrieben hast, mehr Muskelmasse, du bist beweglicher. Jetzt gucken wir, dass wir das kardiopulmonäre System besser belasten und schauen, was verändert sich bei dir. Und so könnten wir halt über ärztliche Professionen, therapeutische Professionen und eben trainingswissenschaftliche, sportwissenschaftliche Professionen gemeinsam ein Konzept schnüren, was ich dann auch beispielsweise im Reha-Zentrum durchaus anbieten kann. Ich muss mir einen Ernährungsberater dazu holen, denn wir wissen, Arthrose als chronische Erkrankung hat sehr, sehr viel mit dem Faktor Ernährung zu tun und einem guten Säurebasenhaushalt. Und es gibt ja auch Knörpelförderung der Ernährung sozusagen und ein bisschen Vermeidungsfaktoren. Das heißt, ich muss also auch Patienten weiterbilden, zu sagen, wie lebe ich eigentlich mit meiner Erkrankung? Worauf muss ich achten? Wenn ich das alles in so ein schönes Konzept packen würde, in so einem Zentrum, wäre allen deutlich mehr geholfen. Die Patienten gehen besser raus und verursachen hinterher weniger Kosten und können schneller im Leben teilhaben. Ganz herzlichen Dank. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, auch an andere Professionen zu denken und im Team zusammenzuarbeiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020